Hallo Mama, wir sind jetzt in Kärns hier. Ja, so wie ist mit uns? Es ist sehr schön hier. Wir hatten ja ein bisschen Probleme, wie du vielleicht noch nicht weißt, aber werde ich dir erzählen. Mit Übernachtung in Hotels und Jugendherbergen. Wir sind gestern um 1 Uhr morgens hier angekommen und konnten dann nicht rein in die Jugendherberge, haben dann im Hotel übernachtet. Ja, aber sonst ist es richtig schön hier. Also wir haben Berge, Red Barrier Reef, das Meer. Eine richtig schöne Stadt. Hier sind noch schöne Pflanzen. Schöne Palme. Ja, und das war's. Grüß Marvin, Fiona, Hallo Papa. Ja.